Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Rocket Beans TV. Und zwar spielen wir die Beta von The Finals mit Valentin. Hallo. Und wir sehen ihn hier, Timo. Hallo. Eigentlich Jump'n'Run-Experte, so wie ich gehört habe. Aber heute auch Shooter-Experte. Du hattest ja vor einiger Zeit auch The Finals mit in Game Talk gebracht, als es noch damals in der Close-Beta war. Jetzt sind wir in der Cross-Beta mit Xbox und PS5. Wie waren die Erfahrungswerte bis dahin? Ja, ich glaube, mein Fazit damals war auch schon so, eigentlich braucht dieses Spiel nicht mehr viel, um wirklich richtig gut zu sein. Das war schon selbst in der Close-Beta echt, also hat super viel Spaß gemacht. Diese ganzen Sachen, die dieses Spiel hatte, was ja wirklich krass ist, also der Grad der Zerstörung, den du da drin hast und auch einfach die Grafik an sich war, sieht alles so geil aus und funktioniert so gut. Ja, und eigentlich, wenn das so weitergeht und sie jetzt noch ein bisschen was hinzugefügt haben, bin ich glücklich. Wie sieht es bei dir aus, Valentin? Ja, ich hatte es tatsächlich damals mit Timo und einem Kumpel von ihm zusammengespielt und ich erinnere mich sogar noch so ein bisschen an unser gemeinsames Fazit. Das war ungefähr so, wie du gesagt hast, Timo. Aber wir haben auch gesagt, die Runden haben oft noch eine komische Länge, sodass, wenn ein Team schon ein Cashout hat, dass man dann kaum mehr eine Chance hat, den, also irgendwie noch danach zu ziehen und da war es auch schon vorbei. Und ich habe jetzt auch schon mal gespielt in dieser neuen Phase und das haben sie ein bisschen besser gemacht, habe ich das Gefühl. Also ein bisschen Polish kann es eben schon noch vertragen, aber eher im Balancing als in sowas Technischem, weil die Technik ist unglaublich. Ja, Technik, da sehe ich es genauso wie bei euch. Technik ist unglaublich. Balancing, ich habe gestern ein bisschen bei mir im Stream gespielt, ich starte schon mal das Spiel, gehen wir ins In-Game. Da haben einige bei mir auch gesagt, das Balancing wurde ein bisschen angepasst, also das Auto-Turret wurde genervt. Das war am Anfang zu stark, tatsächlich. Ah. Und wir sehen hier gerade unsere Charaktere, man spielt es zu dritt gegen drei andere Teams, glaube ich. Und es gibt drei verschiedene Körpertypen, wodurch du dann auch sozusagen die Hitbox wie auch das Movement einstellen kannst. Also ihr beide seid jetzt mittelgroße Charaktere, ihr habt also dementsprechend mittel viel Energie, seid auch mittel zu Standard schnell, sagen wir mal. Ja. Und ich habe hier einen Heavy, der hat ein stärkeres Geschütz, hat natürlich auch andere Waffen dabei, kann mehr einstecken, ist aber auch viel langsamer und nicht so agil. Und dann gibt es ja noch die ganz kleinen Charaktere, die dann halt super schnell sind, sehr wenig einstecken, sehr squishy sind und dann auch dementsprechend schnelle, aber auch etwas schwächere Waffen haben. Ja, wenn Leute die gut spielen können, konnten die mich schon ganz schön überraschen. Und wenn die plötzlich umgeslidet kommen und mit Nahkampf, können die dann so schnell dann fertig machen. Ja, das Schlimme ist gerade das Schwert, muss ich sagen. Das Schwert finde ich gerade sehr schlimm. Wir machen erstmal ein normales, schnelles Spiel. Es gibt zwei verschiedene Spielmodi. Hier sehen wir das Einzelmatch, drei gegen drei gegen drei, Cashout, unbegrenzte Respawn-Münzen. Und danach gibt es noch das andere Einzelmatch, rasante Kämpfen und auch ein bisschen Gier, unbegrenzte Respawn-Münzen. Ich glaube, wir starten es einfach und dann erklärt sich das Spiel auch ein bisschen von selbst, beziehungsweise ihr könnt ja mehr dazu sagen. Ja, das heißt, wir haben dich als Heavy, ne? Genau, ich bin Heavy, ich bleib heavy. Genau, weil das ist, glaube ich, ganz gut, mindestens ein Heavy drin zu haben. Ein Heavy und ein Healer, glaube ich, wäre auch nicht schlecht. Ja, ich habe diese Heilungskanone. Ich glaube, ich tatsächlich auch. Das müsste ich vielleicht im zweiten Match, passen wir das nochmal ein bisschen anders an. Kannst du jetzt sogar gleich anpassen. Ach ja, stimmt, das kann man da vorne machen, ja. Dann nehme ich die wahrscheinlich nicht. Was hat er denn als Alternativ-Ding zu dem Healing-Ding? Ähm, das Turret. Ah. Und noch irgendetwas. Aber ich glaube, wenn beide Healer sind, ist, glaube ich, das geringste Problem. Wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, das stimmt. Genau, also bei Special Abilities ist es egal, aber danach, dann gibt es ja noch die Items, die Utilities, da könnt ihr natürlich gucken, was ihr dann alles mitnehmt. Die Gasminen haben sich immer gut bewährt. Ähm, der Bauschaum war auch mal ganz gut. Ja, stimmt, da habe ich auch so eine Granate dabei. Und später kann man noch eine Waffe freischalten, mit der man diesen Bauschaum machen kann. Das finde ich auch ziemlich geil. Da kann man sich komplett einbauen. Ja, da erinnere ich mich auch dran, dass das ziemlich wichtig war. Gerade wenn du dann so einen Spot eingenommen hast, da die Fenster und so zuschleimen, war immer ganz wichtig. Hier, Timo, ich habe jetzt einen Defibrillator, aber nicht die Heilgun. Also ich kann es zumindest schneller upen. Okay. Okay, das ist auch klar. Ja, aber Defi würde ich trotzdem auch mal mitnehmen, oder? Ja, klar. Ist wahrscheinlich schon relativ sicher. Ich habe dieses Sprungkissen noch dabei, das habe ich vorhin mal gesehen, das war eigentlich ganz cool. Oh, die sind uns zu zweit. Wir sind die High Notes. Oh, haben wir uns den Namen selber gegeben? Da fehlt ein Team. Ne, 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 wir sind jedes Mal ein anderes Team. Wir haben ein anderes Team da, jedes Mal. Ja, all right. Okay, wo gehen wir hin? Wir müssen erst mal zu eins. Ja, stimmt, wir müssen uns ja erst mal das Geld holen. Es spielt ja schon einige Kontroversen jetzt, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist, und zwar, dass AI-Kommentatoren ja dabei sind. Das sind ja keine echte Kommentatoren. Wow. Heftig. Okay, also, das, was wir gerade machen, ist halt, Tresor wird aktiviert. Wir müssen danach den Tresor zum Geldautomaten bringen. Und dort, wenn wir den Geldautomaten dann komplett bedient haben, beziehungsweise die Zeit abgelaufen ist, bekommen wir das Geld. Genau. Und, die schießen uns da schon ab. Von der Seite. Also, sind down. Ja, ich helfe dir gleich. Oh, hinter uns. Fuck, den hab ich nicht gesehen. Gibt's keinen Fallschaden, ne? Gibt's keinen Fallschaden, genau. Und die abonnenten Munition. Ja, die haben nichts für mich überrascht. Wiederbelebt. Nein. Valentin. Geht am Defi schnell. Du hast am Defi. Achso, stimmt. Sorry. Achso, hab ich vergessen. Das war ein Defi. Geht's mir schnell. Ja, da geht's hin, glaub ich. Naja, dann kannst du ja sogar so hinsliden theoretisch und dich dann wieder resen. Okay, die laufen damit zu A. Das heißt, wir laufen da auch gleich zu A. Ja. Alles klar. Sind alle tot. Das heißt, da sind wir wieder. Okay. Ähm. Ja, mal gucken, ob diese Kommentatoren wirklich cool sind oder ob die auf lange Zeit nicht vielleicht sogar ein bisschen nerven. Ich hoffe, man kann sie auch... Ich weiß nicht, ob man die schon ausstellen kann. Das hab ich noch nicht gecheckt. Ja, sicherlich. Hier gibt's ein Jump-Head. Ich hatte das auch gestern schon mit Nikola. Diskutierten ist natürlich schlecht für SynchronsprecherInnen, weil die dann halt keinen Job haben. Aber andererseits für die Entwickler ist es halt so, die sind flexibler. Ja. Ja, qualitativ wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht auf dem Niveau von Maxime stattfinden, was die da sagen. Ja, das glaub ich auch nicht. Okay, ich spreng mal die Wand weg. Scheiße, 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 scheiße. Ich werd beschossen. Oh, ich... Okay, ich hab mich komplett... Ja, meint. Direkt unter denen. Ja, bei dir. Ich kam ran. Okay, scheiße. Ich hab das Ding. Need healing? Oh, wo du uns? Ah, ich schau. Scheiße. Ja, ja, ich... Kann mir helfen? Nee, nee, sind beide da und... Geh weg, geh weg, geh weg. Versteck dich erst mal. Versuch irgendwie 19 Sekunden zu überleben, sonst brauch ich wieder ewig zum Spawn. Mach ich. Ja, unsere Angst damals war ja auch, dass, ähm... Haben wir ja auch gesagt, dass es zu chaotisch auch ein bisschen war. Ja, das stimmt ja auch. Es ist chaotisch. Genau, und es ist auch ein bisschen schade natürlich, weil... Scheiße, ach, eine Sekunde war das. Ah, damn, sorry. Gerade bei diesem Zerstörungs-Ding, ähm, ist natürlich schon viel Potenzial auch da, hinter taktisch vorzugehen. Ähm, und da ist so ein komplett... Wenn's komplett kaos ist, ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, aber... Ähm, es ging einigermaßen letztes Mal noch. Schaffen wir es noch zu A? Na komm, das krimieren, das krimieren, das krimieren! Ah ja, ein Chompat hier, Eason. Achso, wir sind ja direkt da. Ich darf's ja weiter. Aber müssen wir direkt rein, ne? Ja. Ich hab hier aber noch... noch ein anderes. Schön, das darf. Ich darf mal weiter. Cashfab-Dropper ist unten. Oh, der ist fast da und der eine. Ach, komm, äh... Ne, noch einer, ne? Ja, scheiße. Schade, ich hol dich. Ah, ne, warte, Defi. Nein, 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 Scheiße. Ach, wo ist er, wo ist er? Ich seh nix wegen dem Feuer. Das ist Chaos des Wheels. Ah, ich hab ihn hinter dir, hinter dir. Ah, ich bin hinter dir. Was, wo ist der denn schon? Der Cash sowieso verloren gehabt. Oder waren das zwei Teams? Weil eigentlich hatten wir zwei gedauert und ich dachte, ich war am letzten dran. Das sind zwei Teams. Also, es fehlt... Achso. Bei dem einen Team sind sogar nur zwei dabei. Naja, die, die grabben sich das jetzt schön, oder? Dann nehmen wir uns den nächsten Tresor, die zwei. Naja, die zwei, aber die... Fragt sich, ob sie zu B oder C laufen. Also, ihr seht das hier grad... Die müssen sie in den Tresor erst mal aktivieren. Sobald er aktiviert ist, können sie damit zu B oder C und dann dauert es wieder eine Weile. Die müssen sie dann verteidigen. Sorry, ich hab geschossen. Nicht zu vergessen, Ping ist auch noch da, ne? Äh, mittlere Maus, hast du da? Nice. Hier können wir hochspringen. Nice. Oh, die sind schon da. Alles klar. Moment, nur... Ich würde das Ding nach unten schießen, oder? Ähm... Ja, wir können eher von oben kommen, ne? Ja, gut. Die Schock und Awe müssen hier präsentieren. Wir können uns auch hier den Weg freibomben. Ach, scheiße. Ach, doch, alle? Ja, ja, ja. Sehr gut. Oh, ne, der ist abgeprallt. Sorry. Wow. Wow. Oh, die sind damit schon weggeflitzt, oder? Die laufen grad weg, die laufen grad weg. Oh, ja, ja. Ich seh sie. Hinter dir. Oh, hinter uns sind auch welche. Scheiße. Ah, verklebt von oben geschossen. Damn. Oh, hier ist das Ding. Oh, hier ist das Ding, ja. Nimmst du das? Genau. Ja, ja. Okay, wir haben's, wir haben's. Wohin, wohin, wohin? B? Scheiße, scheiße, scheiße. Oder C? Oh, renn da einfach nicht. Ja, ich renn. Ich renn weg. Okay, ich bin down, aber die... Aber... Manche können euch reviven, oder? Äh, ja, ich bin grad weggesprungen, weil... Nee, alles gut. Die laufen ja alle hinterher, die laufen ja alle hinterher. Scheiße. Ja, was soll ich machen? Oh, die bin voll gut schneller als ich. Nee, das hat gar nichts gemacht. Naja, schade. Stimmt, ich hätte reviven müssen. Ja, wir müssen ja erst auch die Meter lernen. Ja, ja, wobei, du hattest ja das Geld, ne? Ich bleib erst mal im Leben. Ich bleib erst mal im Leben, damit ihr schneller reviven könnt. Weil, das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt sterbe. Ja. Dann dauert's mit dem Respawn länger. Sehr guter Punkt. Äh, ja, das stimmt, aber alleine mit dem Geld weg, während ihr down seid, bringt natürlich auch nicht viel. Ja, ich... Das Problem mit dem MG ist halt, ich kann zwar... viel schießen, das Problem ist aber, ich treffe damit auch sehr wenig. Mh... Sehr gut, sehr gut, laut, ich bin laut. Lass uns, lass uns hier rüber. Scheiße. Schön, schön. So, hier ist noch einer. Nimm den Defi. Mach ich. Scheiße, bin da. Oh, ja, ich helfe dir auch. Gewalt hier nicht, kör mich um. Wow. Ah, fuck ich. Warte, wo ist er? Kacke. Ich kann den Defi nur einmal benutzen und es mich auch downen. Ja, genau, es dauert halt eine Weile, bis der Cooldown ist. Ja. Ja, ich wollte es sogar normal wiederbeleben, aber die waren halt noch am Start. Ja, vielleicht sind das auch noch einfach Legenden und wir haben gleich ein schwierigeres Match. Es sind immer Legenden, die... Ja, es sind immer Legenden. Es ist immer das Gleiche. Let's go. Zu C. Aber ich muss sagen, es macht trotzdem Bock, weil ich mag das Waffen-, das Treffer-Feedback total. Ja. Die Waffen machen Bock. Auf jeden Fall. Im Moment ist es halt auch so, es fehlt ein Team. Deswegen ist es auch ein bisschen blöd, dass wir eigentlich nur drei Teams sind. Eins nur mit zwei Leuten. Wenn wir nach Ranked spielen, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Leute, dass es ein bisschen cooler ist. Guck mal, da sind die schon da oben. Ja, ja, ja. Au. Okay, der bewegt sich, der... Ah, nee, der Cache-Short ist hier unten. Ja, der ist untergefallen. Hier ist auch noch einer, direkt bei dem Cache-Short. Habe ich. Wir müssen das Ding einnehmen. Ja. Irgendwo oberhalb noch. Ich nehm es, ich nehm es. Gebt mit Deckung, gebt mit Deckung. Scheiße, die schießen noch. Scheiße, das ist schade. Ich bin down. Äh, genau. Danke, Warte. Ja, warte, wir müssen gucken, dass wir den einquillen, damit wir hierher holen können. Mach den erstmal alle, bevor ich mich wiederbelebe. Oh, ich hab keine Motivation. Wo ist der? Aber der ist da nicht. Ja, ja, ja. Nein! Tja. Oh, Mann. Ich bin third-partied. Wipeout. Ja. Musst du für ne Leiter das wieder ablegen, oder? Ja, ja, genau, genau. Achte, achte. Ich spreng das runter. Oh, scheiße. Ich hol's runter. Ja, nice. Nee. Scheiße. Da ist immer noch. Ist noch oben. Auf einer Ecke. Ihr müsst auch. Ich kann sie immer runterschießen. Ich hol's. Ich hol's. Ich hol's. Ich bin aufgeschossen, aber... Ja, warte. Wo sind die? Ich seh die nicht. Leck mich. Ich hab's. Nice. Macht nichts, macht nichts. Wir haben einen Cash. Wir haben die Kohle. Nice. Ach Gott. Oh, da bin ich wieder ausgeglichen. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr, sehr gut. Ich erlebe wieder. Oh, man kann ihn auch mitnehmen. Ja, ja, man kann ihn mitnehmen und in Ruhe heilen. Das wusste ich nicht. Das ist ja geil. Nice, danke schön. Gerne. Das ist ja super geil. Okay, Boys, lauf zu drei. Ja. Noch am Wunsch. Noch ist es nicht vorbei. Ja, wir können es noch reißen, Junge. Die Toughshells sind zurück in Aktion. Oh, ich glaub, wir sind schon bei drei. Ich hab die da eben oben gesehen. Mhm. Oh, Mann. Ich würd so gern stehenbleiben und mir hier die Grafik anschauen. Nicht jetzt. Es gibt mittlerweile ein Tutorial, da hab ich mich sehr viel mit der Zerstörung beschäftigt vor ein paar Tagen. Okay, hat jemand Jumppad? 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 Ja, ja, ja. Hier. Ich pass. Da sind sie. Einer down. Rechts, rechts. Na ja, lebt noch. Mach die erst mal, mach die erst mal alle. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Ich hab einen. Ja. Danke für die Warnung. Der ist fast down. Fast down. Ja. Oh, jetzt macht der so ein Schild. Der andere ist auch da, kommt rechts. Ja. Ach, shit. Richtig geschafft. Na, jetzt sind die beide auf mir. Ah, die heilen sich auf mir gegenseitig. Lauf erstmal weg, lauf erstmal weg. Ja, mach ich. Ich bin da, ich bin da. Sehr gut, sehr gut. Können wir das Ding runterschießen? Weißt du, scheiße. Ja, da ist einer. Das war's tot. Er hat geschossen. Ja, ja. Pass auf, Gas auf. Das macht echt viel Damage. Ah, fuck. Ah, Mann. Der war direkt hinter mir. Ah, da ist noch einer. Ah. Nein. Falsches. Falscher Knopf. Sprung weg. Sprung weg. Oh, okay. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Boah. Kannst du reviven, glaub ich. Leg hin. Wie lege ich dich ab? Was ist los? Nice, nice, nice. Sehr gut gemacht. Hier oben ist noch einer. Okay, ist du wiederkommen? Hier ist noch einer. Ja, ja, ich glaub du hast dann endlich Münzen. Ja, ja, ich komm dann mit Münzen wieder. Nice, okay. Ja, genau, in dieser, ich glaub wir unendlich Münzen. Sonst haben wir, glaub ich, nur zwei oder drei. Okay, auch zum Cashout B. Ähm, all right. Du bleibst, äh, du hast aber noch nicht volles Leben, ne? Ach, wir, wir regenerieren ja automatisch. Ah. Okay, da ist die Hütte. Mach die Hütte weg. Jo, ich schieße auch nochmal hinterher. Bin wieder bei euch. Ah, dieses Ding prallt immer ab. Was noch gut ist. Nice, nice. Ich nehm's ein, ich nehm's ein. Oh, komm ich an, hi. Sehr gut. Ich mach hier alles, ich mach hier alles voll mit. Ein E-Healing, ein E-Healing. Ah. Kühl dich. Ach ja, ich hab einen. Nice. Ja, ich hab's angenommen. Sehr gut, sehr gut. Das wirst du noch verteidigen. Ja, ja. Das ist ein bisschen Baumschau verteilen. Ja, das brennt alles. Ah doch, ich hab ihn da. Oh, hier oben auf dem Dach. Boah, ich bin fast down. Halt doch, ich ging sein. Was hast du hier? Ah, nee, ich bin down. Oh, shit, oh, shit. Ja, die kommen jetzt. Ich glaube, wir nehmen jetzt einen, oder? Oh, von da hinten kommt einer. Hopp. Ich gebe dich lieber in Deckung, dann kann ich Münzen gleich. Aus Süden kommt. Äh, ich kann mich auch gut reviven. Ah, geil. Dank dir. Willkommen zurück. Andy-Healing, Andy-Healing. Wo bist du, wo bist du? Oh, ich wurde direkt eine Rakete mehr verfahren. Oh, Mann. Scheiße, ich bin tot. Oh, shit, oh, shit. Ich war wieder da und wurde direkt von so einer Rakete getroffen. Kann man nicht sliden? Doch, kannst du. Doch, kannst du. Oh, die kommen so zwei Seiten. Ach, schade. Oh, jeez. Oh, jeez. Nein, ich muss jetzt den Weggewächs nochmal zurücknehmen, oder? Ja, wir kriegen es noch hin, wir kriegen es noch hin. Nächstes Problem ist. Sie machen es nicht. Sie machen es echt nicht. Sie machen es im letzten Moment. Sie machen es im letzten Moment. Ah, okay, das ist natürlich schlau. Oh, ja, dann schnell ran. Oh, shit, das wird knapp. Ich glaube, das schaffen wir wegtechnisch nicht mehr. Ich bin zu fett. Jetzt hat man auch schon die Musik, das bedeutet, dass die Runde im Moment vorbei ist. Das ist schade. Ey, wieso hat denn das dritte Team jetzt plötzlich Geld? Hä? Ich glaube, die haben sich dann da nochmal reingesniet, nachdem die anderen, nachdem wir gegen die anderen gekauft haben. Das kann sein. Unentschieden gerade. Okay, wir müssen zu vier. Okay, das kommt. Deswegen hätte die Musik auch wieder aufgehört, weil das Mensch doch noch nicht kurz vorm Ende ist. Das ist ja witzig. Just like that, a new fault has appeared in the arena. We could see a team wipe on the shock and all. Gegenüber auf dem Dach? Hier, direkt mal unter uns. Och, man, wieso kann der... Ach, weil es ein Handy ist, okay. Die haben schon wirklich mehr Leben. Ja, soll ich dich jetzt holen, Warte? Nee, nee, mach nicht. Ich laufe schon mal weiter. Ja, laufe weiter. Dann spawnt es vielleicht in der Nähe von mir. Direkt vor dir? Ja, nice. Das dauert so ewig, bis ich... Fahre ab. Ist das der gleiche? Ich schäle dich. Sehr schön. Schauen. Schön. Scheiße, über uns. Genau. Ich packe noch mein Sprungkissen hin. Oh, Mine, Vorsicht, Mine! Okay. Das weg. Hast du ihn? Nee, nee, ist von da gesprungen. Auf der anderen Seite? Fisch! Okay. Ähm. Oh, fuck, die sind alle da unten da. Die sind in Deckung. Ich schieße das Dach weg. Oh, gute Idee. Nice. Ja, schießt ihr mal, ich heal euch. Ich schieße euch. Das haben wir noch. Nicht healing. Ja, ja, ja. Alles gut. Ich hab dich. Mein Healer ist überhitzt. Oh, die kommen. Das geht auch. Die kommen. Sind auch im Dach bei uns? Ja. Ja, genau. Gegenüber Dach sind ja auch noch welche, ne? Ja, für Kills kriegen die auch noch Cash, deswegen. Oh, der ist auf dem Dach. Das meintest du, ich hab ihn. Oh, oh, das andere Dach. Ich hab ihn, ich hab ihn. Krass. Ich bin in den 10 aber auch wieder da. Nice. Kimo, du bist gleich da. Ja. Grüß Gott. Valentin. Hast du ein Jump Pad für mich? Ja. Immer doch. Der war, glaub ich, auch noch um die Ecke, ne? Ja, Gott. Ich hol Walle. Wie lange Schwerkraft. Ach, danke. Jo, danke, ich bin da. Oh. Okay, lass runter, lass runter, lass runter, das macht keinen Sinn. Da ist wie hier unten sind. Da oben sind. Wir müssen zu vier, aber die wollen lieber kämpfen. Na ja, da kriegen die halt auch noch Geld, ne? Ja, wenn Teamwipes haben. Das heißt, wir pushen an vier ran? Ja, kann man machen. Wir sneaken uns eher ran, ne? Hab ich... Eine Minute. Da oben sind die. Oh, diese Schwerkraft. Oh, shit. Schön, schön. Shit, ich bin tot. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, dich. Dankeschön. Weißt du halt nicht, wo die sind? Oh, die holen den Ressort? Ja, wir hatten die aber nicht mehr geschafft. So, raus. So, raus. Oh, das kann nicht sein, ey. Ah, dieses scheiß Feuer, das überrascht mich jedes Mal. Dritter Platz. Wieso sind wir dritter, wenn alle die gleiche Platzierung als gleiche Gate haben? Vielleicht sind alle dritter. Hoffentlich. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das Zweierteam hat gewonnen, das ist ja eine Frechheit. Ja. Ja, Wahnsinn, ich bin einfach zwölftmal gestorben. Aber wir alle, 13, 10, boah, wir haben alle voll viele Tore. Ja. Wahnsinn. Ja, wir werden noch besser. Ich fand ja auch gar nicht so schlecht. So schlecht waren wir nicht. Also ich finde das Schöne ist halt einfach so, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist euch melden. Anstatt euch zu loben oder was auch immer, ich kann euch nur melden. Das ist ja low. Bitte melde mich nicht. Okay, das war jetzt der eine Spielmodus. Jetzt nehmen wir Geldregen. Geldregen ist so ein bisschen wie Dogtechs sammeln bei Call of Duty. Für jeden Kill kriegen wir halt Münzen. Und diese Münzen müssen wir dann auch extrahieren. Die gab es aber letztes Mal noch nicht, diese anderen Modi, oder? Ich glaube, der ist neu, nee. Ich weiß es nicht, weil ich beim letzten Mal die Beta nicht mitgespielt habe. Ich bin mir relativ sicher, dass der neu ist. Ja. Ja, gerne. Hey, bei mir steht Matchmaking, man wurde von Timo abgebrochen. What? Matchmaking fehlgeschlagen, Matchmaking von Timo abgeschrieben. Ich habe eigentlich nichts gedrückt. Okay, ich mach nochmal. Ich habe dich gemeldet. Ja, ich finde diese Events, die am Ende stattfinden, immer ein bisschen Overkill. Also gerade so dieses Low-Gravity-Ding. Ich weiß nicht, ob sie immer noch das haben, wo dann so Meteoriten vom Himmel fallen. Oh, das hatte ich noch gar nicht gehabt. Also das, was ich hatte, war irgendwie noch, dass wenn jemand stirbt, dass er explodiert. Was gab es denn dann noch? Low-Gravity. Irgendwie, dass die Waffen, glaube ich, mehr Schaden machen, gab es auch noch. Mhm. Ja. Aber das brauchst du eigentlich nicht, finde ich. Wollte ich auch gerade sagen, es ist nicht so richtig nötig, weil ich meine, es ist ja schon eben ein hoher Chaos-Anteil in dem Game. Ja, genau. Durch Zerstörung und dann noch einen draufsetzen, macht es manchmal auch ein bisschen RNG-lastig dadurch. Also Münzen erhalten aus Tresoren oder durch Eliminierung von Gegnern. Siegt das erste Team, das 40.000 erreicht. Okay, oha. Und diese Tresoren kann man aber direkt looten, die brauchst du nicht wie... Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Werden wir gleich sehen. Okay. Na gut. Oh, wir spielen nachts. Okay, ich bin gespannt. Das finde ich auch schön. Es sind drei Maps, aber so verschiedene Tageszeiten. Ja, das ist... Klasse, es sind immer nur noch drei. Ja, ja. Wahrscheinlich ist das immer noch so Betamäßig, weil ich meine, wenn die launchen, dann können sie eigentlich nicht nur mit drei launchen, finde ich. Naja. Okay, ja, Auswahl hat ja eigentlich ganz gut schon. Wie funktioniert. Ja, ich nehme noch eine Sonargranate mit. Was ich ganz gut finde, hat jemand von euch ein Gift... Äh, hier eine Mine? Giftmine? Äh, ne, eine Gasmine habe ich mir jetzt aber kurz mitgenommen. Ja, die ist gut, die ist gut. Die ist geil. Die macht echt viel Schaden im Moment. Alles. Das Spiel sieht so gut aus und läuft aber auch so gut. Und das liegt ja daran, weil diese ganze Zerstörungstechnik in der Cloud berechnet wird. Das macht ja nicht unser Rechner. Ach, das, was Crackdown damals ange... eigentlich beworben hat. Und letztendlich nicht durchgesetzt hat, weil Xbox One nicht Always Online war. Ja. Äh, wir gehen zu 1 da, ne? Ja. Ja, sind schon Leute dran. Äh, oh, hier können wir nicht rüber. Oh, da ist eine Leiter. Oh, ne, hier. Seilrutsche, hier ist eine Seilrutsche. Oh, die habe ich nicht gesehen. Ja, ich hatte die auch nicht gesehen. Ich bin schon den halben Weg gelascht. Wird drüber, willst du eine Zip bleiben? Oh, da sind schon welche. Oh, ja. Hint da uns, hint da uns. What? Hint da, ist ein kleiner? Hint da, ist ein kleiner? Down. Haha, nice. Schön. Ich leide das mal nach. Er hat keine Münzen hinterlassen. Schade. Wie kommen wir denn da jetzt? Ah, hier. Oh, da unten. Oh, shit, 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 shit. Oh, ich bin das mal runtergefallen. Ja, sehr. Guck mal, hier sind Münzen. Du musst einsammeln. Hinter dir. Oh, mich hat so ein kleiner gekillt, ey. Die kleinen sind die schlimmsten. Die größten Münzen. Aber ich bin in 10 Sekunden wieder da. Da oben ist auch jemand da, bei B. Oh, ey, die kleinen sind nervig, weil die Pistole grad megastark ist. Du brauchst echt nicht viel Schuss, um Gegner zu killen. Ich versuche euch mal zu, äh, die sind still, wenn sie tot. Die spielen alle mit Pistole. Die spielen alle mit Pistole. Ey, wo war der? Ach, da hinten. Fuck. Ich muss sagen, mir fällt es noch sehr schwer zu checken, wenn die einen so schnell beschießen. Also, bis ich gecheckt habe, wo die herkommen, bin ich schon tot. Ja, ich werde dich wiederbeleben. Ach, danke. Ja, sie haben ja auch, was ja auch nicht üblich ist, dass die Gegner immer markiert werden. Also, du hast ja immer so einen farbigen Rahmen drumherum. Ja, aber auch nicht die Wände. Ja, das weiß ich nicht. Oh, über uns ist Team Lila. Freut uns die? Ja, komm, lass mal pushen. Ja, komm. Ich habe ja auch noch einen Jumppad. Scheiße, scheiße. Von der anderen Seite schießen die auf mich. Haha. Ach, Mann. Hier ist einer. Hier ist einer. Ich versuche dir zu helfen, Timo. Ein Kleiner ist direkt unter meiner Leiche. Der kommt jetzt durch hoch. Die sind halt auch so schwer zu treffen. Ja. Aber Minen sind gut. Ich leg Minen. Ja, ich habe den Minen gelegen. Ich habe echt Probleme mit. Ja, der ist reingelatscht. Sind wir da? Ach, nice. Hier respawnen wir noch schneller. Hier respawnen wir. Ich vergesse es immer wieder. Ähm. Ja, was machen wir? Wir müssen langsam Geld sammeln und noch zur Bank bringen. Wir haben nichts, das ist das Problem. Ja, lass mal zur C gehen, oder? Wir müssen noch Kills machen. Aber ja. Aber C ist gerade ein Timer. Ich weiß noch. Ah ja, okay. Ah, okay. Wenn der Timer abgelaufen ist, dann gibt es Geld. Alles klar. Dann sind wir doch hier genau richtig. Oh, Mann. Auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite. Aber die können wir eigentlich nur hier weitergehen. Oh, hier. Alle noch am Nehmen? Ja. Ja. Ja, ich heile euch. Dankeschön. Danke, danke. Mir geht es gut. Wo gehen wir? Wo gehen wir hin? Äh, C. Also hier links eigentlich. Links ist schon... Äh, D. Ich dachte, das wäre D. C schon aktiviert. D meinst du? Ne, 3 meine ich. Moment. Wir brauchen doch erst das Geld, oder? Ja, wir brauchen erst das Geld. Da ist einer runtergesprungen. Oh, der... Ja, hab ich auch gesungen. Hinter dir, hinter dir. Oh, shit. Was war das denn? Ich hab dich in den Boden geschossen, weil ich aus Versehen dich mit dem Gastank getroffen habe. Ich wollte den grad abschießen und dann machst du so'n Step nach rechts und ich war da nicht voll ab, sorry. Ja, warte mal. Da ist ja gar niemand. Das war so dumm. Okay, die... Das Geld liegt da unten. Liegt das? Lass mal rüber gehen. Äh, ja. Machen wir. Also zu 4. Jeder davon ist noch 1000, ne? Wir müssen eigentlich zu A gehen, oder so. Achso. Oh, hier liegt, hier liegt ganz viel. Oh, geil. Hä, aber was... Checkt auch nicht. Die Suss sind blau. Oh. Oh, und die hier drüben, hier drüben. Ja, ja. Die haben auch das Geld gerade genommen. Nehmt mein Geld mit. Was ich hinterlassen habe. Ähm, ja. Halt euch gegenseitig. Okay, schön im Feuer aufgewacht. Sorry. Okay, ja, dann lass doch mal Geld abgeben bei C, oder? Gibt es noch Heilung, aber... Ja, gut. Das ist doch kein Problem. Brauch halt ein bisschen mehr. Ja, das ist doch... Kostet doch nichts. Wir können doch zu... Ja, zu C. Oh, hier sind ganz klausch, glaube ich. Ja, hier ist C. Ich hab den Automaten runtergeholt. Oh, nice. Das war schlau. Nein, 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 nein. Nein! Hab's abgeliefert. Nice. Sehr gut. Vielleicht können ich... Walthy, willst du hier Dings nicht wiederbeleben? Achso, ich dachte... Ja, ich kann mein Dingskampf nicht benutzen. Ich wollte erst mal abgeben, damit wir... Jetzt kann ich es wiederbeleben. Alles gut, ich bin auch wieder da. Achso. Ach, ich sponne ja übel weit weg von euch. Ja, ja, das war... Eine Sekunde... Hätte ich zu einer Sekunde gewartet, wärst du wieder da gewesen. Shit, ja. Aber ja, ich hab das auch nicht gut abgesprochen. Aber ich glaube, ich hab's geschafft, das Geld noch abzugeben. Nice. Und wieder? Wir müssen erst mal in den Modus reinkommen. Aber gefällt mir ganz gut. Ja, dieser Modus mit dem Geld geben ist natürlich cool, weil du... Da hast du immer so ein bisschen Stress, sobald du da ein bisschen was eingesammelt hast. Ja. Shit, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, hab ihn. Oh, danke schön. Nice, nice. Äh... Na ja, gehen wir mal zu A, oder? Da sind noch Gegner. Ja. Wollte ich auch sagen. Gut. Gut. Schön. Kein Doss. Shit. Der ist runtergesprungen. Hab ihn. Ich bin da, ja. Nice, nice. Äh, da ist der Volt auch. Ja. Ja, sehr gut. Gib mal Geld ab. Ja, mach ich auch fläch hin, bevor ich bin. Nein, bei mir oben ist einer. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich schub ihn ja einfach mal runter. Ja, sehr gut, dass du runtergesprungen bist. Nein! Wo ist er? Ganz unten. Ist mir leider hinterhergesprungen. Adam. Ich wäre in fünf Sekunden wieder da, sagt, falls ihr mich reviven... Aber macht wahrscheinlich keinen Sinn gerade, ja. Nee, dann komm wieder. Also ich revive dann nicht. Okay. Oh, was ist das hinter mir? Ah, der Wichser. Was? Lebst du noch? Ach, schön. Halbzeit. Oh Gott, ey. Der steht da jetzt rum. Ja, es liegt jetzt sehr viel. Ja, da war noch so ein kleiner, da habe ich echt Probleme gerade gehabt. Ja, ich auch. Ich hatte auch eine kleine an mir. Mann, die prallen immer ab, die Dinger. Ja, das ist mir auch schon oft passiert. Dankeschön. Du hast ein Tablet gegeben, ich muss ihn jetzt länger wieder mal noch wieder belebende. Du musst ja nicht immer mit dem Defi machen. Gut, wenn du das steigst. Das steigst du. Genau. Das steigst du. Danke dir. Willkommen zurück. Yes. Da kommt einer. Hier drin war einer. Ich werde mal eine Sondergranate. Das ist unten. Oh, scheiße, ey. Na plan. Liegt, liegt tot. Guck mal, da ist einer mit 13.000. Da hinten, den müssen wir uns schnappen. Ja, den schaffen wir uns. Den kriegen wir. Ah, von hinten. Da ist er. Wuhu. Das andere Team kommt von hinten. Vorsicht. Ja, ja. Ich helfe dir kurz. Ja, belebe dich wieder. Ich mache es gerade. Ich mache es gerade. Belebe mich. Gib mir Leben. Gib mir Leben. Mach ich nicht. Ah, fuck. Ja. Gib euch Leben. Schön. Dankeschön. I need to revive. Okay. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay, okay, okay. Ich bin überhitzt. Ich bin überhitzt. Okay, wir müssen irgendwo Geld abgeben. Wo gehen wir hin? Boah. Naja, die halt, ne? Mhm. Ich brauche wieder Beleber. Ja, ja. Dankeschön. Wir gehen zu A, oder? Hier ist der A, ja. Oh, ja. Ist schön. Das Ding ist im Fahrstuhl. Das Ding ist im Fahrstuhl. Okay. Okay, das gibt massig Geld, Mann. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Ja, aber ich habe eingezahlt. Okay, sehr schön. Und nun? Lass hochfahren. Lass hochfahren. Lass hochfahren. Ich habe gedrückt. Nice. Okay, wir fahren hoch. Geil. Slow. Okay. Das haben wir gar nicht schlecht gemacht. Ja, das war ziemlich gut. Weiter so. Ah, ist die Zeit vorbei. Ach, crazy. Okay, aber wieso dritter Platz? Waren wir nicht eben da oben? Zweiter? Ich will nochmal jetzt die Übersicht sehen. Aber ging Ende war gut? Ja. Ey, das macht doch echt Bock. Ich muss sagen, das Spiel hat einfach geiles... 32K. Ah, okay. Wahrscheinlich haben andere viel mehr als wir. Bei 40 hört es ja auf. Da würde ich trotzdem gerne nochmal eine Übersicht sehen. Also jetzt so eine Platzierung halt. Bist du da eigentlich? Stimmt, gibt es wirklich nicht, ne? Also, nö. Sehe ich hier nicht. Das sind die einzelnen Stats von dir und deinen Teammates, aber das war es dann auch. Das ist natürlich unbefriedigend. Das ist irgendwie weird. Das ist fast für ein Klassiker, dass es so etwas gibt. Aber hey. Okay, Leute. Oh, Leute, ich habe eine Gürteltasche bekommen. Ich auch. Yeah, eine Gürteltasche. Wollte ich schon immer haben. Bereit für Rank? Oh, ja. Vielleicht kriegen wir dann auch passendere Gegner zugewiesen. Du meinst, keine Legenden? Wir werden gleich eingerankt. Ja, ich muss mir ganz kurz meine Gürteltasche anlegen. Nice. Überstylisch. Ja, dieses Spiel ist wirklich auch Materialismus und Kapitalismus. Ja, aber sowas von. Ja, das ist ja von den Embark Studios. Ich habe es mal nachgeguckt. Ich habe gerade vergessen, was sie vorher gemacht haben. Gar nichts. Es wurde neu gegründet. Es ist ein ehemaliger IA-Investor aus Schweden. Ich glaube, das sind ehemalige DICE-Leute. Genau, ehemalige DICE-Leute. Ich meinte auch nicht, was sie vorher gemacht haben. Sondern die haben sich, ich wusste noch irgendwie, die haben sich aus alt zusammengesetzt. Die DICE-Leute waren es. Genau, und die machen ja jetzt, glaube ich, noch Ark Riders. Oder Ark Raiders. Oh, ach, das machen sie auch noch. Okay. Ja, das war doch diese ganze Sache, dass sie dieses Spiel hier nur parallel entwickelt haben und es aber halt so flüssig lief, dass sie es dann quasi jetzt vor Ark Raiders veröffentlicht haben. Ich glaube, das sollte eigentlich erst danach veröffentlicht werden. Krass. Wenn du zu gut als Entwickler bist. Ja. Ich muss auch sagen, der ganze Stil und so, der gefällt mir auch ganz gut. Ja. Präsentation und so, das ist schon cool. Aber diese Stimme, die wir da gerade hören, das ist KI, oder was? Das soll KI sein. Das klingt ja echt ganz gut dafür, ehrlich gesagt. Leider. Ja, das würde ich ein bisschen blöd für Synchronsprecher erinnern. Ja, das hatte mir Nikola gestern erzählt. Was, wer? Nikola hat es mir gestern erzählt. Das ist so ein bisschen kontroverses gerade. Okay, gehen wir zu zwei? Ja. What a crazy time to be alive. Was ist das für ein Modus jetzt gerade wieder? Der erste, oder? Der erste, genau. Oh, es regnet jetzt noch. Ich mach hier mal. Oh, die kommen schon. Holy shit. Okay. Oh, 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 oh. Voll, voll. Okay, alles gut. Alles gut. Okay. Das ist einer runtergesprungen. Slashhammer. Fabi, ich hol dich. Dankeschön. Genau, kein Problem. Okay, wir haben das Geld. Let's go. Gehen wir zu A? Ja, let's go. Oh, das läuft ja richtig gut hier. Oh, shit. Oh, von wo schießen die? Ja, von O weiß es nicht. Ich schieße auf ihn und lenk ihn ab. Okay, wo ist das Geld? Ich habe es weiter nach vorne geschossen. Ah, nice. Sehr gut. Ja, das ist eine gute Taktik. Okay, let's go. Wir sind irgendwo in der Kathedrale. Das Cashout. Oh, kommt runter. Kommt zu dir, warte. Ja, ja. Schön, 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 schön. Nimm dir mal die Kisse mit. Ich muss den Typen hier holen. Worum müssen wir hin? Oh, nach oben, ne? Ja. Scheiße, ich bin tot. Ich habe wieder meinen Loadout vom ersten Mal. Da hat es irgendwie nicht gespeichert. Pass auf, da ist noch einer oben. Zwei sind da. Ein Sniper, ein Torred hat er dann gestellt. Bin fast tot. Warte, ich revive dich gleich wieder. Oh, komm direkt. Noch einer, noch einer. Scheiße, scheiße. Also zwei Teams, zwei Teams von hinten. Ah, ich habe uns von hinten. Ah, fuck, ey. Oh, nein. Direkt vor dem Cashout. Aber den können wir vielleicht noch zurückholen. Ja. Oh, guck mal, beide Teams, es sind gerade zwei Teams zumindest. Ah, deswegen wurden wir auch von hinten. Mit dem Cashout können wir uns noch runterschießen. Ich hole den gleich mit einem RPG runter. Nice. Nice Idee. Ja, ich glaube, das ist das. Das ist das Ziel in dem Spiel. Ja. Ja, und du musst dich halt einfach dran gewöhnen, dass du kurz vor dem Ziel da Cash grabbt wirst. Das wurde so oft gemacht bei mir, dass ich... Oh, da direkt vor uns ist schon einer. Willst du sterben? Kein Problem. Okay, schießt du es runter? Ja. Moment, Moment. Oh, das ist schwierig. Hör mal. Oh, warte, warte, warte. Oh, warte. Hä, wie... Ich hätte nicht, wie der mich so schnell töten konnte. Ich wollte gerade direkt wieder wegspringen. Da habe ich Schüsse gebraucht. Ich glaube, full life. Und gibt eine Deckung. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Lass mal rein, lass mal rein, lass mal rein und hoch. Okay, ich komme. Das dauert ganz schön lang, wie du dauerkommst, um zu schießen. Schön. Was ist passiert? Unser Trepp ist weg. Schön gemacht. Nice. Schön, schön. Heil, heil, lass uns gegenseitig. Ja. Ich komme mit mir wieder. Ich habe irgendwie... Heilung. Ich nehme das Ding gerade ein. Ich heil dich. Ich bin zu heiß. Nein, das bist du. Oh, direkt hier. Oh, nein. Aber ihr habt es noch. Alles gut. Ich bin wieder da. Wir versuchen, uns gerade einzunehmen. Hab ihn. An die Schilling. Lass mich hier ins Trepp gegangen. Oh, bist du. Hinter dir, hinter dir. Oh, kommt einer, Vorsicht. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir, Timo. Hinter dir auch. Scheiße, mich hat es erwischt. Hinter dir. Immer noch. Nein. Oh, jetzt haben die es... Oh, so knapp, ey. Ich bin leider auf dem Hinwegzeug gestorben. Da konnte ich nicht viel machen. Schade. Ach, ärgerlich. Aber ihr habt es echt krass gehabt. Das war ziemlich gut, wenn ihr nur zu zweit wart. Es ist schon wahr, dass es wirklich einfach nichts zählt. Ja, das ist echt das Miese. Alles oder nichts? Ja. Ja, Kapitalismus. Ja. Äh, zu vier? Ja, klar. Ah, da waren wir bei... Äh, B, ne? Am nächsten vermindernden Kescher, sobald wir den haben. Ähm. Das war aber auch interessant eben, dass einfach die Treppe weggesprengt wurde. Durch den Bauschaum. Ja. Was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich glaube, der ist ja auch sehr brennbar. Ah, okay. Ich dachte, Treppen brennen nicht. Aber Bauschaum. Ach, okay. Ich habe leider diese Runde nicht so nah. Der wäre jetzt so praktisch gerade. Okay, wo gehen wir danach hin? B? Oh, shit. Ich habe einen Fehler gemacht. Lass mal abhauen. Ja. Oh, ja, das ist Gas. Geil. Oh, von hinten. Genats. Ach, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ach, einer down. Aber ja, geh lieber weiter. Ja, scheiß auf die einfach. Genau, geh weiter. Oh, wir könnten damit nach oben fahren. Da sind die schon. Kann das sein, Mann? Wird ne fünf Sekunden wieder da? Kann das sein, Mann? Ach, Mann. Und wieder da. Boah, aber super weit weg von euch. Ja. Egal, 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 wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die nehmen es wahrscheinlich jetzt ein, aber wir nehmen es im Jahr zurück. Was hat die Frage? Wartet man jetzt bis kurz vorher? Ja, das ist risky, ne? In der Zwischenzeit kommen noch andere. Naja. Ja, stimmt wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist zumindest nicht verkehrt, mal so ein bisschen zu chillen und nicht sofort rein zu rennen. Das stimmt. Kann sein, ja. Oh shit. Nicht drauf gehen, nicht drauf gehen, nicht drauf gehen. Warum werde ich denn hier schon beschossen? Und jetzt sind wir da. Und ich jetzt auch. Oh Gott, ich bin irgendwo am Arsch der Welt gespawnt. Ja, wir gehen mal langsam Richtung B und dann können wir uns da ja gruppieren. Wir sind gleich bei der Hälfte angekommen. Ja. Cashouts. Dann können wir eigentlich auch fast schon rein. Bis wir da sind, ist das Dreiviertel bestimmt. Ja. Aber lass uns zumindest warten, bis wir alle hier sind. Ja, machen wir so. Timo, schon bei mir? Ich bin bei dir. Ich bin auch fast bei euch. Hier ist ein Jump-Pet. Jetzt bei euch. Okay, rein da. Rechts, 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 rechts. Oh ja. Schön. Hallo. Ich brauche Heilung. Komm her. Wir müssen das Ding langsam einnehmen. Da sind nochmal zwei. Scheiße, ich bin down. Einen habe ich. Ich habe lebt wieder. Hab ihn. Das machst du Team. Dann mache ich schon. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell einnehmen. Geht mal rein. Geht ins Feuer. Ich heile euch. Ja, mache ich. Ich halte, ich halte. Ich brauche Heilung. Ich halte dich. Alles gut. Wo werde ich beschossen? Es hat leider nicht gereicht. Ich wurde direkt gekillt irgendwie. Schade. Das wäre so schlimm. Ich war dumm. Ich hätte Wirt machen müssen. Ja, ich kann mehr einstecken. Ja. Ich habe bedacht. Ich habe es fast. Ja, ich habe es gesehen. Oh, war das Klaus. Das ist schon wieder, ey. Schon wieder so. Toten machen. Boom. Ach, ja. Ich finde, es dauert immer noch viel zu lange, bis man wiederbelebt wird als Team. Ja, das stimmt. Aber vielleicht bin ich da anderes gewohnt. Ja, das widerspricht halt ein bisschen dem Flow vom Rest des Spiels. Ja, dann doch sehr. Ey, die sind alle zu fünf. Ja, dann lass es zu sechs gehen, oder? Ja, machen wir so. Dann laufen wir zum Cashout D. Ja. Wir haben noch eine Minute, ne? Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das Cashout 5. Wir müssen Cashout 5 umkämpfen. Ja, eigentlich schon. Die Overtime dann vielleicht. Boah, ey, wir haben das schon. Aber das andere Team ist auf jeden Fall schon da. Ich renne direkt hinterher. Geht zu A, geht zu A. Ist fast bei Cashout A. Wo geht's denn hier raus? Ja, ist bei A. Komm auf Zeit. Eine Minute Overtime. Ist er dir da? Ja. Ja, ich bin da. Ach, da kommt noch ein Zwerger. Ich krieg die Krise, ey. Sind wieder beide Spots hier? Ey, wach. Wo bist du vielleicht ganz schnell wiederbeleben? Ah nein, der ist von oben. Boah, ich knapp. Ach, was? Wo kommt das Feuer? Ich bin ganz schön. Dieses Feuer jedes Mal. Man, man, man. Schön. Oh, oh, oh. Ei. Aber ich muss sagen, diese Sterbeanimation mit den Münzen ist irgendwie satisfying. Na ja. Jetzt nehmen die das noch ein. Wann kommen wir denn? Ich sehe die Zeit bei mir halt nicht. Oh no, das sind auch die, die gerade letzten sind. Die letzten Sekunden, ja. Oben in der Mitte. Okay, let's go, Leute. Das ist 15 Sekunden. Aber das schaffen die auch nicht mehr. Jetzt setzt wieder die Musik ein. Quatsch. Keiner da. Nein! Ich bin gerade angekommen. Aber habt ihr das noch bekommen? Naja, wir haben es nicht bekommen. Naja, wir sind trotzdem raus. Aber wozu ist dann die Overtime? Wenn die das jetzt auch nicht mehr bekommen hätten? Ja, stimmt. Das verstehe ich auch nicht ganz. Das verstehe ich dann nicht. Na gut. Glückwunsch zur Bronze. Wirt. Danke. Ich weiß nicht, was das für eine Bronze ist, aber du hast... Ach, das ist ein Rank. Verstehen. Das ist mein Rank. Ein Bronze-Boy. Ja, nochmal Ranked? Ja, gerne. Ja. Ja, wir werden aber schon immer stückweise besser auch. Ja. Die zwei besten Teams kommen immer weiter in der ersten Runde. Genau. Okay. Ich muss aber sagen, ich habe es jetzt noch nicht so ultra viele Streamen sehen. Also klar, ein paar haben sich das mal angeschaut. Aber ich hätte gedacht, dass das so ein klassisches Spiel ist, was dann direkt alle gleichzeitig spielen, das so sich so ein bisschen als Hit etabliert. Ich frage mich, wovon das manchmal abhängt, warum das nicht immer passiert. Ja, auch damals schon, ne? Also auch bei der Close-Peta irgendwie. Es haben ja sogar Drops. Ja? Es gibt sogar Drops, aber ich weiß halt nicht, was. Ich habe da jetzt nicht mal gecheckt. Es wäre aber halt auch verdient, dass sie wirklich einfach nur durch die Technik halt so ein Hype kommen würden eigentlich. Aber der ist halt damals auch schon ausgeblieben. Genau. Das macht ja dadurch einfach echt mal auch was anders irgendwie. Und eigentlich wünschen sich ja immer alle, dass sich auch irgendwie mal wieder was Neues etabliert. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Also ich glaube, ja, wobei, wenn es wirklich nur so ein Zweitprojekt war, was jetzt schon rauskommt, dann ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm. Dann ist es nicht so schlimm, ja. Aber verdient wäre es auf jeden Fall. Wäre auch mal was anderes, ne? Vor allem, es hat so dieses starke Alleinstellungsmerkmal mit dieser krassen Zerstörung. Kein anderes Spiel hat so was. Ja, true. Ja. So was, was bei Battlefield halt immer so, ich weiß nicht, wieso Battlefield Bad Company oder Battlefield 3 halt so bessere Zerstörungssachen hat. Also gerade in Levels. Und wir heutzutage es irgendwie nicht hinbekommen. Also ich habe ja auch hier 2042 ein bisschen gespielt. Klar kann man auch sehr viel zerstören und so, aber es ist ansatzweise das, was wir hier haben. Genau, weil das sind immer so vorgefertigte Türen oder Wände halt so. Und hier kannst du ja wirklich alles. kaputt machen. Ja. Außer die Tresore, aber sonst ist es glaube ich tatsächlich anders. Live-Wires. Okay. Lustig, die Teams haben sich aber teilweise auch schon so Team-Sachen eingezogen. Da war ein Team, was komplett in Anzügen war. Ja, wir waren gestern so ein Tier-Team. Ja, geil. Stimmt, wir haben doch damals auch alle Ballerina-Outfits angehabt. Stimmt, ja. Und der Klaus-Peter. Ah ja, ja, das war geil. Ja, ich erinnere mich. Lauf dich so schnell. Ja. Ich bin langsam. Oh, stimmt. Hey, ne, lauf, lauf, lauf ruhig. Und da kommen wir nicht mehr raus. Ja, brauchen wir auch nicht. Okay, wer nimmt das Ding? Ja, ich würde gern raus. Okay. Achso, stimmt, wir müssen ja danach auch noch raus. So weit habe ich nicht gedacht. Ja, aber dann gehen wir zu A, ne? Bei mir regelt es hier drin. Das, ja, Giftgas, aber alles gut. Muss ja irgendwie. Dann zu A, ne? Hier geht's, äh, wo geht der hin? Ja. Nice. Ja, das läuft gut. Ich glaube, wir haben auch noch kein Team an uns dran. Geil. Okay. Cashout läuft. Nice. Okay, das müssen wir uns hier irgendwie klug aufstellen. Ja. Vielleicht tu da eine Mine hin. Nice. Von wo könnt ihr denn kommen? Von... Ja, ich würde gerne auf diesen Kran drauf. Das mache ich mal. Von mir oben mal eine kleine Burg. Das war unter uns gerade schon, ne? Vorsicht. Oh, ich kann den Kran drehen. Cool. Das kannst du... Okay, das ist cool. Das ist ja witzig. Ich bin gespannt, ob ich den noch zerstören kann. Theoretisch. Das wäre cool. Also eigentlich müsste ich ja nur hier auf das Gerüst schießen und das Ding müsste einbrechen, ne? Ja, kann ich gerne gleich mal probieren. Aber krass, ey. Wir sind vier Teams bisher. Ja, wir haben Glück. Die betteln sich voran, dass ich mach hier die mal. Die sind dahinter. Ich habe hier einen sehr, sehr guten Überblick. Und ich glaube, sie machen sich auf den Weg zu uns. Oh, ja. Bei mir. So ein kleiner... Nein, hat mich. Ja, einer jumpt hier rüber. Der ist direkt hier oben. Oh, shit. Ich habe ihn, aber ich bin auch tot. Ja, ich schieße ihn von oben, vom Kran. Also, das ist ziemlich wirkungsvoll gerade. Er fangt kein Leben mehr. Ähm, helf dir. Wir sind alle tot. Ich belebe dich wieder. Nice. Nice, danke. Schieß auf den, der gerade hier das einnimmt. Ja, ja. Fuck, da. Oh, nein. Bleib beim Leben, bleib beim Leben. Fünf Sekunden noch bin ich wieder da. Okay, okay. Ja, ja. Dann mache ich das. Oh, hier ist einer, aber wir. Okay, bin wieder da. Schön, schön. Oh, geil. Uns gehört das Ding nicht, ne? Uns gehört das Ding nicht, ja. Das stimmt. Ach, fuck. Ach, schade. Aber ihr seid wieder da, ne? Ich bin in fünf Sekunden wieder da. Okay, okay. Boah, das wird knapp. Das wird knapp. Und jetzt wird's. Ja, ich bin sehr weit weg. Ja, alleine schaffe ich es nicht. Ja, das ist doch zu krass allein, glaube ich. Ah, wie close. Wie immer. Dankeschön. Ja, gut, ärgerlich. Wo wollen wir hin? Welche Nummer? Drei? Dankeschön. Ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Dankeschön. Ja, ja. Ja, immer zu drei, ne? Das sehe ich auch so. Ja, vielleicht will dieses Spiel uns ja auch irgendwie so beibringen, Geld ist nicht alles. Doch. Sicherlich. Ja, aber du musst akzeptieren, auch einfach mal sehr viel Geld zu verlieren. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Also kein Fallschaden war eine gute Idee bei dem Game. Ja, es wäre es noch Fallschaden bei dem Spiel. Ja. Oh, ich bin auch zu hoch. Ich bin auch. Ja, war bei mir immer auch so. Nein, nein. Oh, das ist mir auch fast passiert. Wo gehen wir hin? Charlie. Oh nein. Ich bin raus. Ich habe das Ding. Ja, geil, ich bin direkt bei dir. Wie gut sei, dass du das. Ähm, ja, Charlie. Ja. Charlie Cashout. Oh, hau schon Halbzeit. Ja, die Matches sind irgendwie immer noch schnell. Ey, kurz. Also, natürlich erstmal wieder alles ruhig, bis das Ding im Kasten ist. Ja. Äh, ja, cool. Dankeschön. Sehr schön. Oh, die laufen ja schon hin. Oh, shit. Ja, warte, sollen wir woanders? Na, na, na. Na, komm, wir gehen hin, wir kämpfen. Ja? Okay. Max, Max rein. Nein. Das ist ein Cashout. Hä, wo sind die denn hin? Vermin, das vermint, das vermint, das vermint, das vermint. Das vermint, das vermint, das vermint die Treppe. Ja, ja, danke. Oh, Presse auf vier wird auch gelootet. Das ist gut, das ist gut. Komm, wahrscheinlich nicht. Shit, shit. Die sind schon da, die sind schon da. Äh. Ab ihn. Noch einer hinter dir. Mann, ey, ich treffe Kuni. Oh, nee, hat mich. Heilung, Heilung, Heilung. Ja, der, Timo ist tot. Ich belebe dich wieder, Timo. Ja. Da ist auch noch einer. Ach, den hab ich nicht gesehen. Ach, Mann, der kam so nicht durch. Aber wir haben noch genügend Zeit. Ja, ja. Wir müssen uns von unten holen. Ich überlege grad. Ja, ja, müsste ich runter schließen können. Ja, doch. Na, halt nur eins. Na, nee, zwei sogar. Oh, die haben's grad, die haben's auch unten geholt. Es liegt unten. Äh. C war's. C, 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 ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer, wenn man, ich hab jetzt die Kommentatoren mal relativ leise gemacht. Das ist schon ein bisschen eine Reizüberflüte. Okay, was? Ich hab's. Heimer hab ich. Ich bin. Brauch Heilung. Komm, du lachst hier. Garst gar nicht. Danke. Okay, das können wir doch jetzt echt tun. Oh, Vorsicht. Geh. Komm. Immer noch von oben kommen, ne? So. So, nein. Hinter uns, hinter uns. Hinter die Bier. Ah? Brennt alles. Brennt alles. Scheiße, ich bin down. Den kriegst du. Ja. Der hat einen Schockgang ab. Achtung, Achtung. Ja, wir haben's. Ja. Kannst du es wieder beleben? Wer seid ihr denn? Ach da. Ja. Ja. Dankeschön. Ah, du machst das schon. Ich hol den. Okay, wo gehen wir denn? Danke. Deathmatch. Nummer 5, Nummer 5. Okay. Ach, wir werden zurück. Oh, ein neues Vault. Das wird sehr interessant werden. Sehr schnell. Das hat ja gar nichts gebracht, sich hier hoch zu sein. Nope. Das sah cool aus. Das stimmt. Wobei es ja ein bisschen doof aus, wie du da runtergefahren bist. Eine Minute noch, ne? Ähm. Ah, ne? 50 Meter. Ach so, stimmt. Wir brauchen das. Das haben wir gar nicht. Irgendwann nach gehen wir einfach zu A. Das ist gleich hier oben. Ja. Da gibt's hier auch ne Zip-Line hoch. Gibt's hier? Gar geil. Hier. Das ist klasse verstanden. Okay, und go. Let's go. Auf dir. Hallo. Ich schau mir schon mal die Area hier an. Ja, schon mal ein bisschen. Bringt dieses in den Cashout was reinlegen auch schon Cash? Ne, genau. Was meinst du mit reinlegen? Dass wir da einfach nur das Geld reinpacken. Ach so, ne. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, wo wir immer so ein paar Tausend manchmal herhaben. Durch Kills, durch Kills. Ah, okay. Team Wipes bringen... ...bring Money. Okay. Spotte grad. Mach die hoch? Nein. Oh ja, doch, die kommen hoch, die kommen hoch. Ach doch. Oh, hier, guck. Da zippt dann einer hoch. Mir geht's nicht gut. Ich hoff. Ach, Mann. Oh nein. Oh, der ist unsichtbar. Bleib am Leben. Eine Missgirre. Ah! Ja, da sind wir wieder... Ja, war wieder ein 2-Squats. Ja, ja. Wir sind erst mal beschäftigt. Ja, das ist ganz gut. Oh nein, jetzt nimmt der doch schon einen. Ah, shit. Haltet ihn noch auf? Oh, ja. Ah, ne. Ne, shit. Ja, 15 Sekunden. Das hört nix mehr. Schaffen wir nicht. Aber zweiter Platz. Das würde reichen. Das würde reichen, um weiterzukommen. Das stimmt, ja. Gott sei Dank hat das Team den geholt, ne? Ja. Ja, das ist ein paar Mal. Qualifiziert. Geil. Schön. Wir sind so gut. Weitergekommen. Hey, wir müssen das feiern. Unser erster völklicher Cashout, der durchgegangen ist. Ja. 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 56.000 haben die gemacht. Ja. What the fuck. Ja. Gierschlunde. Gierschlunde. Alles gierige Leute hier. Okay. Ähm, jetzt sind es aber auch nochmal vier Teams, ne? Ich hab's grad nicht gesehen. Ich glaub, nur am Ende sind's weniger Teams, gegen die du dann spielst, ne? Wirklich? Ich glaub, das sind jetzt, ähm, zweimal vier Teams und gegen Ende sind's dann nur vier Teams. So ist das, oder? Zweimal, ach so. Die laufen parallel jetzt. Ein Match, ja, okay, das kann auch sein. Ah, ja, so wird's sein. Und aus, äh, unserem Match kommen zwei und aus dem anderen kommen zwei, die dann im Finale gegeneinander antreten. Das macht Sinn, ne? Mhm. Ach, die Ladezeiten. Ja, ach, bei dem Spiel. Ich wollt grad auch sagen, das verteidigt immer in der Grafik. Oh, wackel, wackel. Oh, krass, das ist nur 14 Gigabyte-Zend, ne? Das find ich auch absurd. Okay, ich bleib bei dem, was ich habe. Diesen Slashhammer muss ich irgendwann auch mal ausprobieren. Hm, ich hab da jetzt traurig, wenn man damit gut umgehen kann. Oh, hier sind nur zu zweit? Hm. Ei, ei, ei. Stimmt, wir haben aber unseren Namen auch, weil wir nicht gestorben sind. Ja. Ja, die 1. Hm. Wütlein? Ne. Gibt nur eine Leiter hier rechts. Wow. Das warst du, ne? Ja. Ich wollt den Zuschauern das einfach mal demonstrieren. Achja, Munition wird immer, regeneriert sich von alleine. Deswegen, wir haben endlich Munition. Ah. Ich kann das Ding dann nehmen. Ja. Und dann lass ich so B rübergehen, oder? Ja. Okay. Let's go. Let's go. Ich kann auch noch ein Jump Pad dann da vorne werfen. Ah nein. Dafür lass ich's los, okay. Oh. Nein. Shit. Okay, das war eine super dumme Aktion von mir, aber zum Glück nicht auf Kamera. Schade. Glück an. Ist der Fahrstuhl, oder? Ne. Okay. Ähm. Ja, ich mach ja alles zu, oder? Ja, oder? Ja. Ja, doch. Doch, doch, doch. Willst du rein, Irrt? Ne, ne, ne. Sonst haben wir keine Möglichkeit wegzulaufen. Also ich find das nicht so smart, wenn wir einfach wirklich alle da drin sind, dann verbrennen die uns alle. Oder die schießen unten ist weg und dann haben wir keine Möglichkeit mehr, um wohin zu rennen. Aber ich... Lass aber die Treppengänge können wir ja gerne zumachen. Achso. Ähm. Ja. So, ich hör welche, es kommen auf jeden Fall welche an. Kommen die schon von oben? Und von rechts? Ich brauch Heilung, Valentin. Äh, ich kann nicht heilen. Ein Timo kann das, ne? Naja. Du kannst nicht heilen? Ne, ich kann nicht heilen. Ah, okay. Ich bin tot. Ja, ich helf dir gleich. Alles gut, alles gut. Alles gut. Da kommt jetzt einer durchs Fenster gleich. Ja. Den hab ich noch geratet. Ah, ich hab von zwei beschossen. No. Ach man, wär ich nicht für zwei beschossen geworden, hätt ich... Oh shit. Oh, der Smoke. Sehr gut. Wirf noch... Wirf nen Jump Pad irgendwie direkt dahin, damit ich's nicht so einfach machen kann. Genau, die rennt er dann automatisch hin außen. Oh, gute Idee, ja. Halt das. Kein Problem. Das ist noch ein bisschen Bauschaum. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm auch. Schade, ich komm. Du hast dich einfach selbst behindert, das war so lustig. Ah, wir haben hier nur zwei Respawn-Münzen, ne? Das ist ein nassigen Ranked-Tick. Ja, ja. Das ist ein Bauschaum. Oh shit. Das hab ich nicht gecheckt. I'm down. Oh, da ist ein Turret. Und hinter mir ist einer. Ah man, wo ist der? Zwei Sekunden bin ich wieder da. Bin wieder da. Nice. Oh, das schaffen wir aber nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Oh, irgendwo bei dir ist noch einer, oder? Ja, ja. 10. Alter, die sind so schnell! Ah fuck. Ja, und der Turret halt, ne? Ja, aber das ist schlecht gespielt. Bei mir. Ich hol dich wieder. Ja, dann bin wir da. Schade. Ach shit, ja. Mach nichts. Ich glaub, mit den, mit den Münzen müssen wir echt gucken, ne? Aber ich hol dich wieder, Walle. Ja. Ja, Vorsicht, da ist so ein... Boden-Tick. Habt ihr noch Probleme? Hier ist direkt einer. Ja, ja. Ach wann, der hat mich auch direkt wieder. Warum sind die da? Was ist die denn da noch? Hier ist doch nichts. Alles gut, ich hol den. Ich hol dich wieder? Ja, danke dem. Oh Gott. Hier ist noch einer. Ich hab ihn leider nicht killen können. Habe ihn. Habe ihn. Ich ashen auch noch, ne? Ja, es waren zwei, okay. Gehen wir zu vier? Oder haben wir hier noch irgendwo einen? Ne. Ne, wir müssten da hin. Ja, ja. Zu vier. Ja. Ja. Aber an sich ist schon cool, das. Du hier begrenzte Respawns hast. Also wenn das wirklich so funktioniert. Weil dadurch spielst du natürlich dann auch ein bisschen vorsichtiger. Dann hätte ich mich nicht wieder überleben müssen. Okay. Okay, die haben das... Okay, wir kommen hier rüber? Ich glaube, man muss mit dem Knopf drücken. Lol. Ah, okay. Guck mal, die gehen auch gerade zu 10 mit dem Cash-Out, ne? Können wir schön absnacken. Oh, das ist knapp. Ich bin fast in diese Lücke gefallen. Oder? Gehen sie? Ja, doch. Doch, doch. Sind hier. Ja, ja. Au, au, au. Hinter uns, hinter uns. Schon wieder der kleine Hase, ey. Ab ihn. Nice. Schön. Ab ihn. Ich lieg unten. Ähm, oder? Ja. Ja, ich komme. Ich hab, ich hab, ich hab Timo. Achso, du hast schon, okay. Nice, dankeschön. Gib mir Heilung, gib mir Heilung. Ah, ne, du hast ja keine. Sorry. Mach der Gewohnheit. Timo kann das jetzt machen. Okay, wo ist denn das Ding? C, ne? Nach oben. C, C, oben, ja. Ich hör die aber auch schon. Okay. Ja, ich versuch mal ein bisschen weiter hinten zu bleiben und euch hier zu rein. Hier, deine. Hab ich. Hallo. Ist schön. Danke, danke, danke. Okay. Äh, soll ich hier zumachen? Das hat vorhin schon gut funktioniert mit dem Zumachen. Ich hör mal ne Gasgranate vor den... Ja, dann komm mal rein, komm. Ich mach mal hier zu her. Mach mal auch ein Jump Pad irgendwo noch hin. Dann haben die erstmal Probleme. Ah, ah. Oh, die kommen hoch, die kommen hoch. Die kommen von oben, meinste? Ach so. Shit. Ja, Jump Pad. Ja, die reißen alles ein hier. Ah, nice, ob das Gas wirkt. Oh, die sind da alle... Die sind da alle unten. Ja, unser Cash hat blöderweise auch. Ah ja, der liegt hier. Wir haben den leider bekommen. Ich hab beide tot. Oh, das haben die aber schnell gemacht. Heil dich. Danke. Ich nehm den... Das Cash hat er wieder. Oh, wollte ich... Oh, der ist ja gerade. Ja, der hat mich auch gekillt. Oh Mann, mich auch. Vor allem kann der das so schnell. Ich check's nicht. Ich glaub, das ist voll die OP-Waffe, die man erst später freischaltet. Ja? Ja, weil ich hab die nicht. Das ist so ne kleine Maschinen. Scheiße! Fuck! Ah. Ja, nicht letzter bisher. Das ist doch schon mal was. Ja. Leicht noch machbar, I don't know. Wäre nur gut, wenn die pinken... Naja, eigentlich dürfen wir nicht... Boah, Alter, wie viele da einfach sind. Aber das ist gut. Wenn die Roten das holen, dann haben wir noch ne Chance. Hier ist ein Jump-Head. Rot hat's eingenommen. Oh Gott, das ist schön. Da ist noch einer drauf. Da ist noch einer drauf. Da ist noch einer drauf. Der überlebt gerade seine Mates wieder. Schön. Hab ich, hab ich, hab ich. Ich nehm das Ding ein. Okay, mach du, Timo. Mach du, Timo. Ah, ich mach ihn. Macht einfach. Ich mach, ich mach. Beschützt mich. Ja, ja. Das schaffen wir nicht mehr. Scheiße. Boah, Kacke. No. Schade. Sorry. Der hätt's einfach weitermachen sollen. Naja, aber selbst dann glaub ich wär's... Wär's echt knapp gewesen. Boah, war das knapp. Fünf? Wie immer. Äh, du bist fast down, Viert, ne? Ich heim mich doch grad automatisch. Ah, right. Stimmt. Da sind wir schon. Ich komme. Das ist schade. Ja. Ah, schade. Ah, schade. Ah, schade. Den hab ich überhaupt nicht gesehen. Ich dachte, ich nutze diese kleine Säule als Deckung. Ja, ey, die Roten. Ja. Die sind nicht schlecht. Ja, sind nicht alle rot? Ich glaub, ne Anzeige. Aber wenn du Tab drückst, siehst du ja die verschiedenen Teams. Ich glaub, ne Anzeige, aber wenn du Tab drückst, siehst du ja die verschiedenen Teams. Ach so, das meinst du, ja. Entschuldigung. Oder links oben, siehst du es ja auch. Da sind bei mir alle rot, links oben. Ach so, echt? Ja. Schauen wir noch D? Äh, 30 Sekunden. Komm. Vor uns, schaffbar. Vor uns, schaffbar. Ey, das ist nicht dein Scheißernst, oder? Egal, egal, egal. Haben die Bullets auch Low-Gravity? Ja, haben die Bullets auch Low-Gravity? Drückte Grazio. Ach so, gute Frage. Ich bin bei D neben D. Ah! Ja, sehr gut, sehr gut. Ich wurde gerade gesnackt. Ja. Ich wurde gerade gesnackt. Ja. Oh Mann, war das knapp. Ich vergesse mal bei diesem Scheiß-Dickunggeladen, das dauert ja auch noch 30 Minuten. Was passiert hier? Der ist nicht One-Click. Ach, schade. Schade. Schade, schade. Damn, 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 damn. Schade, ausgeschieden, aber immerhin. Immerhin sind wir mal eine Runde weitergekommen. Das stimmt. Wir können vielleicht noch eine normale spielen, also die kurze, meine ich. Ja, finde ich auch. Können wir machen. Sollen wir nochmal den anderen Modus spielen? Das Geldregen, oder wie ihr siehst? Ja, das können wir machen. Cool. Geldregen. Das war auch ganz nett. Uh. Ich würde mir nur ganz schnell den Waffenskin anlegen. Skin was geht? Ich bin komplett los da. Du hast schon 100 Euro ausgegeben. Sieht aber gut aus. Kann man nichts sagen. So, jetzt sind die einfach die Legenden, die habe ich mir gerade vorgenommen. Ja? Ja. Okay. Erreichbare Ziele stecken. Genau. Wir hatten vorhin 32.000 gehabt. Wir wollen diesmal 40.000 haben. Wir wollen diejenigen sein, die den Sack zumachen. So. Genau. That's the way. Ja, mal gucken, wie sich das Ganze mit dem Bezahlsystem dann auch noch entwickelt. Das ist natürlich auch noch so eine große Sache. Ja. Was dem ganzen Spiel dann auch noch einen faden Beigeschmack geben könnte. Je nachdem. Ja, halt nur wenn sie durch Echtgeld irgendwie schnelleren Progress ermöglichen. Ja. 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 Kommt drauf ran. Was für ein Progress? Das ist also beim Skin freischalten oder tatsächlich beim Waffen freischalten? Ja, genau. Ich meinte für so Gier, also Waffen und Co. Ja. Das wäre halt doof. Ja. Ich frag mich auch, wo dann hier so die Vor- und Nachteile sind. Also es gibt ja noch Waffen, die man freischalten kann, wie die Ska oder die Fka, wie die hier so heißen. Ob die dann jetzt auch stärker oder besser ist. Hm. Ja, schwierig, weil wirst du dann auch mit anderen Leuten eingerankt, die das so dasselbe Equipment haben wie du? Das wäre schon wichtig eigentlich. Auf jeden Fall weird, wenn sie es nicht machen. Ja. The big splash. Ich frag mich, ob das jetzt auch die letzte Testphase war und ob das dann auch bald mal rauskommt. Aber ich weiß noch nicht, ob es ein Release-Datum oder sowas gibt. Eins? Gibt's noch nicht. Äh, ja. Coins, Vaults und High-Stakes-Action. Get ready to see our Contestants. Rush their Earnings from Vaults or downed Opponents to safety by banking them. Hör ich euch oder hör ich andere? Äh. Oh, hier sind schon andere. Oh. Ah, ja. Auf dem Dach. Ich brenne direkt. Ich bin eine, die wir da haben. Ja, ich fokussiere mich mal ein bisschen mehr aufs Heilen. Ich hab das Gefühl, das ist schon... Das wird wahrscheinlich nicht unterschätzt. Ja. Das ist einer mit... Mit dem Baseballschläger. Ich hasse es so sehr. Nahkampf ist so eklig. Please revive. Ja, easy. Dankeschön. Wie das aussah, dieser kleine Panda, der dich da schlägt. Der mich einfach schon gebongt hat, ey. Ja. Ah, Mann, ey. Ja, wenn ihr eine freie Sekunde habt, könnt ihr mich wiederbeleben. Ja, ja, ja. Aber ich werd grad noch beballert. Kein Stress. Kannst ihr die Statuen mitnehmen? Ich hab jeden schon mal wiederbelebt. Nice. Weil er näher war. Ja, sonst... Genau. Ah. Kümmern wir euch erst mal um euer Zeug. Ne, wir sind alle tot. Schade, ich bin noch nicht tot. Oh, okay, okay. Äh, ich könnt euch vielleicht... Komm, wir machen jetzt was cooles. Nein! Nein! Ich weiß, was du machen wolltest. Ich geb dir Deckung. Oh, heilung im Raum! Oh, scheiße, da kommt einer. Pull in! Pull in! Stark. Ach, du bist schon wieder tot? Ja, sorry. Oh, hier ist der Fugelhammer. Ach, Mann, der hat mich ge-one-hammert. Der ist hier. Wo ist er? Das ist... Boah, ey, das ist schon... Ah, hier ist noch einer. Ah, Schiff. Ey, die Sandler wird so okay. Ey, es ist nicht nur der Hammer. Es ist generell ein Nahkampf mit kleinen Charakteren wie der Panda da. Ja. Das ist das nervigste überhaupt. Das ist wie bei Call of Duty mit Messern und, äh, Schilder rumzurennen. Mhm. Ja, ja. Ja, da müsstest irgendwie was... Ja, die müssen halt schon noch ein bisschen mehr... ...weiß ich nicht... ...gebufft werden. Oh, sorry. Ich hab ja alles voller Gas gemacht. Äh, zwei? Da wird gerade was eingenommen. Ja. Dann lass den killen danach und das Geld klauen. Das klingt gut. Boah. Hinter dir! Nee! Ja, was hat denn? Der hat einen Grappling-Hook. Der hat einen Grappling-Hook. Ist der noch da? Keine Ahnung. Okay, ja, lass... Na gut, der andere ist halt jetzt weg, ne? Lass mal zu C, oder? C ist in acht Sekunden ready. Mhm. Aber haben wir schon zu viel Geld? Ich hab null Euro. Gar nicht. Oh, hier ist ein ganzes Team! Ah, ne. Ah, ey, schon wieder ein scheiß Panda, der mich bonkt, ey. Ah, die blöden Panda! Seid froh, dass ihr nicht mehr im Aussterben seid. Seid froh, dass ihr nicht mehr im Aussterben seid. Naja, gibt denen halt auch gut Geld, ne? Also, gerade bei dem Modus ist es natürlich schon... Das stimmt, ja. Aber es scheint blöd, wenn es genau nur einer ist, der uns alle gerade fertig macht. Okay. Naja. Ja, wir haben alle... ein Geld. Ja. Aber hier wär zumindest ein Ding zum Abgeben, wenn wir jetzt hier jemand killen würden. Das wär praktisch. Bestimmt bei der... bei vier. Okay, ich schlafe einfach mal hinterher. Oh, der Panda! Nein! Nein, der scheiß Panda, ey! Komm, jetzt aber. Wo ist er? Jetzt wirft er auch noch mit Flammen hier. Ich glaub, er ist gegangen. Ja. Ich revive dich. Danke. Auf ihn! Da ist einer gewesen. Da ist immer noch einer, oder? Oben waren die. Da ist noch einer, ja, ja. Oh, ich hab 1000 Euro. Ja, Mann! Wo ist das Ding zum Abgeben? Ach, hier. Guck mal. Ich hab nochmal 1000, nochmal 1000. Top. Nein, jetzt ist es verschwunden hier. Der hat 11.000. Wo ist der? Bei B. Ah. Ja, lass nehmen. Dann kann ich da auch mein Geld abgeben. Ja, ist recht open, ne? Aber ich komm mit. Oh, er gibt ab. Oh, Vorsicht, der kleine Panda ist hier. Ich hab das Ding hochgeschossen! Wie ging das denn? Wie funktioniert die Physik hier? Oh, die sind alle hier! Ja, ich werd auch von mehreren Seiten grad abgeballert. Okay, einen hab ich. Ah, ich bin down. Zapf, da wieder! Warte, ich helfe dir. Ich hab den Kung Fu Panda! Ja, sehr gut. Da ist noch einer! Oh nein, der ist die Plattform drüber. Ich kann dich nicht mehr beleben. Okay, ja, fünf Sekunden bin ich wieder da. Holt das Geld und gebt ab. Ja, warte. Da ist noch einer, kill den erstmal. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wer der ist. Oh Gott! Schade. Ich weiß nicht, dass die Runde vorbei ist. Es kommt da so ein bisschen unerwartet drauf. Ja. Ja, total. Ja, ich hab vielleicht das bisschen gejinxt mit, das wird die Legendenrunde. Schade, schade. Ja, aber Bock macht's trotzdem. Ja, Bock macht es definitiv. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein cooles Spiel. Ja, ihr könnt uns in den Kommentaren ja mal ein bisschen aufbauen und sagen, wir haben doch viel besser gespielt, als wir selbst denken. Ist ja noch in der Anfangsphase, ne? Also, wir müssen uns jetzt mal noch einspielen und so. Die, die spielen da wahrscheinlich schon seit dem 1. November. Ich hab keine Ahnung, seit wann ist denn die Beta draußen? Ab dieser Woche? Ende Oktober, irgendwann 27. oder so, glaub ich. Okay, aber die geht noch bis zum 5. November. Ich weiß jetzt nicht, wann das VOD hier hochkommt, aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu The Finest haltet. Und schreibt uns gerne, was eure Loadouts sind, ne? Damit wir dann auch eventuell mal reinschauen können und wissen, ja, was ist denn so ungefähr die Meta? Wie kann man diesen kleinen Panda countern und, äh... Abschließende Worte, habt ihr noch was? Ja, also, ist ein cooles Spiel. Ich freu mich, wenn's rauskommt. Ich hab halt auch wirklich Bock, mich dann so ein bisschen reinzuarbeiten, ein bisschen, ne, ein bisschen was zu lernen, besser zu werden. Ähm, hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, muss ich auch sagen. Ich freu mich auf jeden Fall drauf auf den finalen Release dann mal. Und, äh, ich find's fast schade, dass die Beta jetzt halt am 5. schon wieder vorbei ist, weil ich hatte jetzt tatsächlich die Tage einfach nicht so Zeit. Und es ist schön, dass wir drei jetzt noch spielen konnten. Aber ich hätt das tatsächlich jetzt zum Beispiel gerne am Wochenende noch ein bisschen gespielt, aber da bin ich leider schon verplant. Also, deswegen freu ich mich auf den Release. Ja, ich freu mich auch sehr auf den Release und, äh, hoffe natürlich, dass Embark dann auch viel Erfolg mit dem Spiel hat. Weil, ähm, ich glaube, wenn das Spiel erfolgreich ist, dann wissen wir, dass dann noch Support kommt für die nächsten Monate und Jahre. Und wenn das nicht erfolgreich wird, dann wird das, sobald es er released wird, dann wieder tot sein. Was sehr, sehr schade ist, wenn man bedenkt, wie viel Spaß es macht und was für eine krasse Technik mit eingebaut wurde. Ja, total. Und was halt besonders schade bei solchen Spielen dann auch, äh, bei modernen Spielen ist, ist, dass du dir jetzt nicht einfach einen eigenen, delikated Server da rein basteln kannst, weil dann wär's ja weniger schlimm, wenn's tot ist. Kannst du es wenigstens auch auf einer LAN spielen oder so. Aber das ist ja so serverabhängig wegen dieser Destruction, dass das wahrscheinlich, wenn's tot ist, ist es tot. Naja, stimmt. Alles klar. Das waren wir Finals mit Valentin, Timo und mit mir. Und, äh, viel Spaß weiter mit Rocket Beans TV. Wir sind hier erstmal raus. Ciao. 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 Ciao.